Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zurück bei iKuchen. Ja, immer wieder kriege ich momentan Nachrichten mit der Frage, jo, darf ich deine Videos nutzen? Darf ich darauf reagieren? Warum lässt du Video XY striken? Also, ich habe jetzt halt effektiv ein Video striken lassen, aber trotzdem dachte ich einfach mal, dass ich in diesem Video einfach mal so darauf eingehe und diese ganzen Fragen beantworte. Also erstmal das Erste, was ich immer bekomme, darf ich auf deine Sachen reagieren? Ja, natürlich dürft ihr das. So, ihr dürft darauf reagieren. Ähm, das meiste kriege ich halt sowieso nicht mit, weil heutzutage macht jeder Reactions und ich kann mir nicht alles angucken, was über mich erstellt wird. Ähm, klar, ihr dürft ja jetzt mich nicht beleidigen oder gegen mich hetzen oder whatever. Im Endeffekt ist es aber so, ich habe selber einen Uncut-Kanal, wo ich zwei Videos am Tag hochlade, wo ich auf andere reagiere. Also, es wäre ziemlich dumm von mir, wenn ich jetzt anderen verbieten würde, auf mein Kondin zu reagieren, wenn ich das gleiche selber mache. Ihr könnt das Ganze auch monetarisieren, ihr könnt auch 50 Werbung reinhauen, ist mir egal. Äh, solange ihr meine Videos nicht einfach re-uploadet oder so, habe ich damit ehrlich gesagt kein Problem. Nur, dass wir darüber geredet haben. Äh, genauso gibt es auch Leute, die fragen, ja, ich mache ein Video bei dich, darf ich Videoschnitte benutzen? Klar, also darfst du aus Zitatsrecht gründen eigentlich sowieso. Gib die Quelle an. Genauso wie bei Reactions, gib die Quelle an und dann ist doch alles gut. Nein, da ist überhaupt kein Problem. Ja, um was es aber in diesem Video gehen soll, sind Videos, die ich striken lasse, beziehungsweise gestrikt habe. Im Endeffekt geht es auch um ein Video und um die Sache halt mit ABK, weil da haben mich auch Leute zu gefragt, ob ich da nochmal genauer drauf eingehen kann, warum ich das denn jetzt plötzlich striken lassen möchte. Und dann geht es einmal um das Video von Ahmad Neu. Äh, der hat sich jetzt irgendwie, glaube ich, ähm, umbenannt oder so, aber das ist der, der dieses, ähm, ja, der mich auch in die Ecke des, äh, islamfeindlichen Typens hinstellen wollte. Ähm, fangen wir erstmal mit dem an. Also, es gibt einen Typen, Ahmad Neu heißt der auf TikTok und YouTube. Ich glaube, der hat sich auch irgendwie umbenannt oder so. Und, äh, der hat ein Video gegen mich, ah ne, Ahmad, Ahmad heißt der, okay. Und, äh, der hat auf jeden Fall ein, äh, Video über mich hochgeladen gehabt, was irgendwie hieß, die ganze Wahrheit über KuchenTV. Er hat natürlich nicht die ganze Wahrheit über KuchenTV, äh, rausgehauen, sondern er hat ein Hetz-Video gegen mich hochgeladen, wo ich übrigens auch nachweisen kann, dass er absichtlich Dinge weggeschnitten hat, dass er absichtlich Sachen falsch zusammengeschnitten hat, dass er absichtlich Informationen weggelassen hat, die halt sehr hilfreich gewesen wären und die das Ganze in einem anderen Licht stehen lassen. Und das Video ist auch schon fertig, geht übrigens 27 Minuten, nur mal so, ja. Das ist also ein KuchenTV-Blockbuster quasi. Ich warte nur noch auf die Freigabe von YouTube, denn das Video ist natürlich gelb und ich habe gesagt, gelbe Videos schalte ich halt nicht mehr frei, außer wenn es halt nicht anders geht. Deswegen kam am Montag auch kein KuchenTV-Video, weil ich darauf halt einfach keine Lust mehr habe. Ich habe da halt wie Real Talk einfach keine Lust drauf, so, ähm, irgendwie, also dann einen Riesenverlust zu haben durch Videos, nur weil YouTube das nicht hinkriegt. Und, wie gesagt, ich habe es Donnerstag hochgeladen. Jetzt ist Montag 21.37 Uhr. Es ist immer noch nicht überprüft, es ist wirklich einfach lächerlich. Naja, was willst du machen? Auf jeden Fall, wie gesagt, warum ich das Video habe striken lassen, ist ganz einfach, weil es halt, wie gesagt, halt gegen mich gehetzt hat. Es stellt sich so hin wie ein Video, was sehr faktenbasiert ist, wie ein Video, was die ganze Wahrheit zeigt. Es werden alte Videoausschnitte genommen, die gar nicht mehr aktuell sind. Neue Videoausschnitte werden nicht gezeigt und dann halt die anderen Dinge, die ich halt vorhin noch genannt habe. Und aus diesem Grund habe ich mir gesagt, dass ich das erst mal entfernen lasse. Denn es ist sehr gefährlich, jemanden als Islamhasser hinzustellen. Also generell, dass irgendjemand irgendwas hasst oder dagegen feindlich ist oder whatever. Weil du natürlich die Community, die damit angesprochen ist, also in diesem Fall halt Leute des islamischen Glaubens, natürlich sehr schnell angegriffen sind. Und da muss nur einer drunter sein, der mir jetzt irgendwie was antun möchte. und das kann schon böse enden. Deswegen sollte man mit solchen Videos grundsätzlich super aufpassen, gerade wenn man Dinge aus dem Zusammenhang reißt. Das Ding ist, dieser Armat ist halt irgendwie 19, der checkt das Ganze noch nicht. Ich habe mit ihm auch geredet, der findet sein Video immer noch gut. Wie auch immer man das gut finden kann, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Und aus dem Grund habe ich das erst mal gelöscht, weil es halt quasi nicht die Gegenmeinung von mir online gibt. Ich habe mit ihm aber auch schon besprochen gehabt, dass ich sein Video halt wieder freigebe, sobald meine Antwort da ist. Weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich habe natürlich die größere Community, das Video wird auf jeden Fall gut Klicks kriegen. Ich habe natürlich auch auf sein Video verwiesen, habe auch gesagt, man soll nicht beleidigen und so. Aber gehe davon aus, dass es dann natürlich auch vielleicht einige Zuschauer gibt, die rübergehen, die auch schreiben, ey, das Video ist halt nicht gut, das ist aus dem Zusammenhang gerissen, dass das dann halt keiner glaubt. Also der Strike wird dann zum Beispiel halt wieder zurückgenommen. Aber erst mal auch, weil ich nicht so dargestellt werden möchte, weil ich nicht möchte, dass Leute das jetzt so hinnehmen. Und ich meine, ihr müsst mir überlegen, das Video wurde hochgeladen am Sonntag, also jetzt vor über einer Woche. Und das wäre jetzt über eine Woche online gewesen. Und ich hätte mich quasi nicht dazu geäußert, richtig. Wegen dieser Werbeunfreundlichkeit. Und das möchte ich einfach nicht, dass ich so hingestellt werde. Sobald ich natürlich meine Meinung gesagt habe, gibt es eine Gegenmeinung. Die Leute können sich richtig informieren. Und dann ist das halt okay. Viele Leute werden sagen, ja, aber du hast ja darauf reagiert. Ja, das ist richtig. Eine Reaction ist aber immer nochmal ein Unterschied, weil ich da Freestyle-mäßig drauf eingehe. Voll viele Sachen sind mir gar nicht aufgefallen, weil ich mir die Videos, die er eingeblendet hat, zum Beispiel erst danach angeguckt habe. Und da ist mir jetzt aufgefallen, wie viel Information er weglässt, wie viel Scheiße der labert. Das Ding ist, er zeigt ja Videos von vor drei Jahren. Und der zeigt ja irgendwelche kleinen Videoausschnitte von fünf Sekunden. Ich kenne den Zusammenhang gar nicht und nehme das natürlich erst mal so hin. Später, wenn ich dann Kuchen-Talks mache, gucke ich mir die Videos natürlich selber mal an und schaue so, okay, um was ging es da eigentlich nochmal genau. Und da fällt dir sowas natürlich deutlich mehr auf. Also eine Reaction ist für mich da kein richtiges drauf eingehen, sage ich mal jetzt so ungefähr. Und ja, das ist halt einfach der Grund, warum ich das halt entfernen habe lassen. Einige sagen, ja, das ist mega peinlich, blablabla. Wenn ihr das peinlich findet, ist es halt okay. Geht aber mal selber in euch rein. Stellt euch mal vor, ihr werdet als irgendwer hingestellt, der irgendwas hasst, was eine relativ große Community in Deutschland hat, wo es halt um so ein emotionales Thema wie Religion geht. Ich glaube nicht, dass ihr das gut finden würdet, sondern ich glaube auch, dass ihr sagen würdet, ey, will ich eigentlich jetzt nicht haben. Ja, dann das nächste Thema, das Video mit APK. Wir haben jetzt gerade Montag. Ich habe das Video gerade gemeldet gehabt. Jetzt ist natürlich die Frage, ich weiß natürlich nicht, ob die das striken lassen oder nicht. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Also ich habe es halt gemeldet, habe es eingereicht wegen Hassrede. Kann auch sein, dass die sagen, nee, keine Ahnung, das ist so lange her oder whatever. Das Video nehmen wir nicht offline oder das ist doch keine Hassrede. Kann sein. Wie gesagt, ich habe es halt einfach gemeldet. Der Grund, warum ich das gemacht habe, ist auch ziemlich einfach. Ich kriege seit Jahren Nachrichten, dass ich halt pädophil bin und ich weiß selber, dass die Witze, die ich da gemacht habe, also zum Minderjährigen zu gehen, geht gar nicht. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist absolut cringe. So, wie gesagt, das habe ich 2015, vielleicht Anfang 2016 noch gemacht. Ich glaube, das war alles 2015. So, da war ich halt 20. Klar, schon erwachsen, aber mit 20 war ich bei weitem noch nicht so reif wie halt mein Alter, sage ich jetzt einfach mal. Und deswegen, ja, habe ich halt so cringige Sachen gemacht. Das Ding ist natürlich, dass es APK einfach kein Recht gibt, so ein Interview zu nehmen und er selber hat in der Reaktion mit Sammy irgendwie sowas gesagt, ja, du schickst mir das Interview zu, du hast diese Ausschnitte online, natürlich nutze ich das. Nein, APK, so, du konntest nicht wissen, ob das Interview echt ist oder nicht. Du hast es einfach als echt hingestellt, obwohl du es nicht weißt. Und ja, mitten im Video später hat er auch gesagt, dass er sich nicht sicher ist, ob das jetzt echt ist oder nicht. Am Anfang des Videos, in den ersten 20 Sekunden, hat er das einfach so hochgeladen und da unkomitiert so stehen lassen. Das heißt, die Leute glauben natürlich auch erstmal, dass es halt richtig ist. Und, ja, später sagt er das halt, aber das ist natürlich was anderes. Wie gesagt, konntest du halt nicht wissen, ob das Interview echt ist oder nicht. Du hast es trotzdem einfach benutzt. und selbst wenn wir das halt extra gefakt haben, gibt dir das ja keinen Grund, das zu benutzen, weil damit wollte ich ja quasi einfach nur zeigen, dass du deine Information nicht mehr checkst und es ist dir scheißegal, solange du halt irgendwas findest, um andere zu fronten. Deine Community glaubt es eh und dann ist es halt okay. Und das ist ja quasi halt genau das, was ich damit halt einfach sagen wollte und zeigen wollte und das habe ich ja auch geschafft. und ich habe halt eigentlich auch die ganze Zeit gedacht, okay, naja, es ist halt lange her, bla bla bla, aber mit diesem neuesten Satz in seinem Video, dass er halt sagt, ja, ich glaube dir nicht, also stellt es ja wirklich so hin, als ob ABK von mir glaubt, dass ich halt minderjährigen Alkohol gebe, dass ich sie abfülle, dass ich ihnen Drogen gebe, dass ich mit denen sonst was mache. Und, Digga, das geht gar nicht, dass du so eine Meinung im Internet über jemanden verbreitest. Es ist saugefährlich. Ich meine, du bist doch selber Lehrer oder willst Lehrer werden. Du sollst doch auch wissen, was bei dir los wäre, wenn da irgendwelche gefakten pädophilen Verwürfe in der Schule rumgehen oder so. Also ich glaube, das würde auch nicht so gut enden. Und dass du das dann bei anderen Personen machst, obwohl du selber wissen solltest, dass das saugefährlich sein kann, geht meiner Meinung nach einfach gar nicht fit. Ich werde jetzt heute eigentlich so gut wie gar nicht mehr darauf angesprochen. Es gibt aber immer noch mega viele Leute, die mich halt zum Beispiel mit TikTok-Kommentaren oder sowas damit fronten und so. Und ich habe da irgendwann einfach keine Lust mehr drauf, dass das mit Fake-Beweisen geschieht, dass die Leute da dann sagen, ja, okay, der hat ja voll recht. Ich habe ja damals auch, wie gesagt, das Original-Interview hochgeladen, das haben auch voll viele gedissert und meint so, ja, ihr hattet ja gedacht, dass das nicht stimmt. Digga, er hat es doch trotzdem am Anfang benutzt und es hat echt dahingestellt. Ich hätte halt ein richtiges Video machen sollen, nicht nur das Interview. Aber ja, wie gesagt, was soll ich dazu sagen? Also ich will mich einfach so nicht mehr im Internet halt da beleidigen lassen, dass die Sachen, die ich da hochgeladen habe, halt nicht direkt gewesen sind. Ey, das weiß ich selber. So, ne, keine Frage. Also ich weiß selber, dass es nicht korrekt ist, da zum Minderjährigen zu gehen und sowas zu fragen. Das ist halt einfach jugendlicher Leichtsinn. Auch mit 20 ist man nicht ausgewachsen. So, mit 20 ist man generell noch nicht komplett erwachsen. Und ja, was soll ich großartig dazu sagen? Es ist halt einfach sehr unangenehm gewesen und ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, viel mehr kann ich dazu halt nicht sagen. Ich bin gespannt, ob YouTube das Video halt entfernt oder nicht. Ich habe Abby Kelly schon Zeit gegeben. In drei Tagen sollte er es rausschneiden. Er hat es nicht gemacht. Ja, wenn er sich dann darüber beschwert, wäre das halt einfach peinlich, weil wie gesagt, es ist ein Fake-Interview und das immer noch als echt zu verkaufen, nach drei Jahren ist einfach peinlich. Und solche Sachen lasse ich striken. Ansonsten auch nochmal, worauf ich generell auch nochmal drauf eingehen wollte, also sonst lasse ich halt gar nichts striken. Zum Beispiel auch damals, das ist jetzt auch kein Front, ich will das gar nicht hochholen mit Persia X zum Beispiel. Die haben mir damals ja auch vorgeworfen, ja, hier ist jetzt Content-ID drauf. Das Video war ja trotzdem online. Das Problem war nur halt, ich habe das Geld quasi dafür gekriegt. Content-ID oder sowas habe ich gar nicht. Bin auch in keinem Netzwerk drin. Also auch da kann ich halt nichts machen. Klar, ich kann die Videos halt manuell striken lassen. Aber es ist ja okay, gegen mich Kritik zu veröffentlichen. Es ist auch okay, nicht meiner Meinung zu sein. Zu zeigen, dass man halt nicht so intelligent ist und Dinge aus dem Zusammenhang reißen oder mich persönlich anzugreifen. Ich lasse ja auch ABK nicht alles striken oder so. Oder auch viele kleinere YouTuber, die mich da striken lassen. Oder auch diese Sally oder so. Das ist ja alles okay. Aber es sollte sich halt in einem Rahmen bewegen und mich ja ganz klar in gefährliche Ecken zu drängen. Das mache ich einfach nicht mit. Weil wie gesagt, kann das halt immer auf einen zurückfallen. Ich sage mir jetzt ganz doof, zum Beispiel ABK, das Video hat hunderttausende Abonnenten. Das muss nur einer aus Braunschweig gesehen haben, der vielleicht ein bisschen dumm ist, der das wirklich für wahrnimmt. Dann trifft er mich irgendwann mal auf der Straße, macht mich an, will mich schlagen oder whatever. Und das spielt theoretisch so gesehen halt mit der Gesundheit, gerade wenn du Leute in solche Ecken drängen möchtest. Und das ist einfach so gefährlich und das mache ich nicht mit. Ansonsten, wie gesagt, es steht jedem frei, mein Content zu benutzen, da Ausschnitte zu nehmen. Verlinkt mich, also gebt die Quelle an und dann ist halt okay, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Wie gesagt, gibt es ja hunderte Kritikvideos gegen mich, die online sind. Ja, genau. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video, meine Freunde. Bis dann. Okay, thanks. Bye.